Attacke! DJ Patscher, der erste und ich behaupte auch der letzte Gangster-Rapper der Weltgeschichte. Zumindest hier, bei dieser alternativen Geschichte, die wir erzählen, bei Civ6, der ist bald Geschichte. Den schnappen wir uns. Ja, nicht sofort, aber gleich. Wir spielen ja relativ zügig. Wir haben nicht so unfassbar viele Einheiten wie in manchen anderen Let's Plays. Deshalb kommen wir halbwegs gut voran. Runde 134. Liebe Grüßen alle live und nachher Aufzeichnungszuschauer. Erster Stream im Juni, den wir schon haben und wir kommen vergleichbar schnell voran. Weil wir halt auch so viele Streams haben und deshalb so viele Videos, die daraus entstehen. In vier Runden Musketiere da, jede Menge Schwertkämpfer da, Regierungskarte drin. Gold wird gespart bei Einheitenverbesserung. Einheiten werden schneller produziert. Hier ist der Thron des Kriegsherrn drin. Hilft uns beim Erobern, um das zu nutzen. Armbruchsschützen entstehen ohne Ressourcen. Salpeter sammeln wir. Nicht viel, nur zwei pro Runde immerhin. Und einen schicken, einen, die haben wir eine Minio verloren. Leider, sonst wären es deren vier Salpeter pro Runde. Und wir nutzen ansonsten die, ich kann billiger Upgraden Karte. Haben wir genutzt und nutzen wir vielleicht noch ein bisschen. Mal gucken, ob es noch geht, um aus Kriegern Schwertkämpfer zu machen. Und gleich, um Musketiere zu gewinnen. Und wir nutzen diesen Wettbewerb, Besänftung der Götter. Zwei Seer haben wir. Wir liegen vorne, schaut mal. Wir liegen vorne, erster Platz. Niemand hat so blutrünstig, so entschlossen und so skrupellos seine eigenen Leute geopfert, wie wir. Niemand. Niemand macht das sonst. Also, Glücksschweine, Belagerungsturm. Oje, sehr gut, den brauchen wir. Und ich weiß auch, wofür wir den brauchen. Da geht er hin. Da geht's hin. Mit dem Siedler geht es Richtung eine Stadt hier oben, eine Stadt da, eine zweite Stadt da. Hier wird eine gegründet und hier die nächste. In der Vorbereitungsphase eines Krieges Nehmen wir uns, haben wir die Chuzpe. Oli Kahn würde sagen, die Eier, die dicken Eier. Um noch eine Stadt nach der anderen zu gründen. Obwohl wir eigentlich alles auf Krieg trimmen müssten. Obwohl wir uns schützen müssen vor dem Zorn der Götter. Obwohl noch so ein Seerwettbewerb läuft. Trotzdem hauen wir noch eine Stadt nach der anderen raus. Einfache, aus purer Angeberei. Wir sind gerade auf dem totalen Ego- und Größenwahntrip. Aber Leute, wir spielen Herrscher. Wir spielen Simon Bolivar. Man kann Großes in der Geschichte nur erreichen mit Größenwahn. Nicht mit kaltem Nachdenken. Nur mit Größenwahn. Nur wer viel riskiert, kann viel gewinnen. Und glorreich scheitern. Das natürlich auch. Aber dann will ich jetzt gar nicht mal denken. Wir ziehen mit Großkolumbien. Mit dem können wir... Bleibt ja noch ein bisschen hier stehen. Der bleibt da stehen. Der macht hier ein Nickerchen. Der wartet auf den Siedler. Der wartet auf... Wartet gar nicht. Der Siedler zieht hier schon mal hoch. Da geht's hin. Haben wir die Garnisonskarte drin? Ich denke das nicht. Haben wir nicht drin. Zwischendurch. Das wissen die YouTube-Zuschauer noch nicht. Hallo. Liebe Grüße an die Chat. Und bisweilen auch Co-Kommentatoren. Das sind heute Marcel und Matsumann. Und nachher kommt Teppich noch dazu. Hallo ihr beiden. Liebe Grüße. Guten Abend an euch. Moin zusammen. Wir gründen eine Stadt. Wir brauchen einen Namen, Leute. Hier. Lasst euch mal kreativ von mir anzapfen. Ich bin eure rhetorische Fledermaus. Lasst mich an eure Adern ran. Ich hätte gerne Buchstaben gesoffen. Was könnte das hier sein? Wie könnte die Stadt hier heißen? Neben einem Vulkan. Neben Eisen. Neben Salpeter. In der Entfernung irgendwo eine spanische Qualireme. Die uns egal ist. Oliven. Oliven. Ist das Pizza hier? Ist das so eine Pizzastadt? So ähnlich wie die hier unten? Wie heißt die denn? Lavagrill. Lavagrill war klar. Ist das hier eines? Machen wir hier eins auf kulinarisch. Kommen die Oliven auf die Pizza? Hier wird gebraten. Ein Eisengrill. Ist das ein Pizzagrill? Stahlküste. Stahlküste. Qual der Wahl. Nordfeuer. Salpetersburg. Düsseldorf. Skysegel. Reiß er sich zusammen. Düsseldorf. Ich bitte dich. Götterbesänftigung. Heiße Kälte. Salpeter-Pizza. Wie heißen denn besonders scharfe Pizzen? Wie heißen die? Wie heißt denn so eine Pizza, wo man sagt, ja danke mehr, ich kann nicht mehr. Wie heißen die scharfsten Pizzen ever plus Olive? Wie heißen die? Diavolo. Ja, so heißt unsere Stadt. Wir haben ja auch teuflische Pläne, Leute. DJ Patscher. Das ist Diavolo. So, wir kündigen an, dass wir die Seite wechseln. Von der guten Seite zur bösen der Macht. Bist du es? Ich bin dein Vater, Luke. DJ Patscher. Ich bin dein Untergang. Wir nennen die Stadt Santa Marta. Heilige Marta. Das ist Diavolo. Das war eine coole Idee. Von wem war sie? Gleich von mehreren Leuten. Iva Watts, Lizzie Ann Rabe, danke euch. Pizza Vulcano ginge auch, Lukas. Das Bull. Ja, Andrak. Das Bull geht immer. Das kann man auch machen. Diavolo ist cool. Diavolo ist die Ansage für den Gangsterrapper. Einmal Diavolo. Ach komm, Leute. Da habe ich aus Versehen die Shift-Taste drin. Einmal Diavolo. Ich hoffe sehr, das ist hier kein schlechtes Omen. Das kann ja auch heißen, dass es den Bürgern hier in Diavolo, teuflisch mieser geht. Direkt um die Ecke? Ein Vulkan. Da braucht man einen skrupellosen Herrscher. Der sagt, hört mal, da vorne ist ein Vulkan. Der spuckt die ganze Zeit Feuer und Flamme. Wir brauchen nur dringend das Eisen. Deshalb, Peter, siedelt euch da hin. Nehmt alles mit, was ihr habt. Mann, Weib, Kind und Kegel, Testament, alles, was griffbereit ist. Zieht da hin und gründet da eine Stadt. Wird schon gut gehen. Und wenn nicht, danke für eure treuen Dienste. Das ist unser Simon Bolli war. Wer redet ihm solche Dinge ein? Nein, also Himmelfahrtskommandos für Zivilisten. Ist das womöglich sein Greiser? Bisweilen noch weiser Berater? Ich weiß es nicht. Ja, es ist so. Es ist so. Diavolo. Ne, das war jemand aus dem Chat. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendjemand hatte gestern beim Stream im Chat gesagt, WB, da hin bitte. Ich bin nur Ausführendes Organ des Chats. Wenn alles gut läuft, alle Pläne, Original WB, Met by WB, wenn was schief geht, ihr seid schuld. Klara Ansage. Diavolo. Wir könnten jetzt natürlich das machen, was wir sonst machen. Monumente kaufen. USW machen wir alles nicht. Wir sparen Geld für den Krieg. Wir müssen gleich Schwertkämpfer zu Musketieren machen. Geht nicht. Vielleicht nur Einheiten kaufen, um sie zu opfern. Machen wir nicht mehr. Wir bauen. Wir bauen das Monument. Schaut mal, wie produktiv es hier ist. Schaut euch das mal an. Drei Nahrung. Vier Produktionen. Ein Wissenschaftspunkt. Ohne Modernisierung. Ohne nichts. Das ist ein Burger. Sind wir des Lenden des Teufels hier zu siedeln? Beste Stadt ever. Habt ihr schon mal einen so coolen Standort gehabt? Zum Start. Bis zu welchem Ring spuckt ein Vulkan? Schnurlober. Leider im Apokalypse-Modus. Er spuckt bis in die letzte Reihe. Er spuckt bis in den Chat. Er spuckt über Ring 3 hinaus. Bis in den Chat rein. Er helfen auch keine Regenschirme. Ich sag's ganz offen. Wir bauen ein Monument. Ein Monument hier hin. Einmal raus. Gouverneurstitel. Wir brauchen einen Gouverneurstitel. Hatten wir Pläne geschmiedet? Oder hatten wir gesagt, wir brauchen so viele, wie es geht, weil wir gleich Realitätsdruck haben? Ich glaube, wir hatten bislang... Wir sind ja Politiker. Wir denken nicht auf lange Sicht, sondern auf kurze. Wir hatten immer nur gedacht, wir hatten immer nur auf den Nächsten geguckt. Der Nächste war Viktor. Wir hatten über Viktor hinaus noch nicht geplant. Wir hatten uns natürlich Gedanken gemacht. Wir hatten gesagt, cool wäre zum Beispiel im Endkampf Liang zu haben. Denn Liang bringt uns verstärktes Material. Wenn man nur eine Stadt hat, ganz am Ende im Apokalypse-Modus, die nicht leiden kann an der Apokalypse, dann haben wir schon was richtig gemacht, dann ist alles gut. Deshalb könnten wir sagen, wir fangen jetzt schon an, nachhaltig für die Zukunft zu denken und holen uns jetzt schon Liang. Oder wir sagen, das machen wir. Wisst ihr, warum wir das machen? Das machen wir allein schon deshalb, weil wir die ja auch brauchen für die alternative Strategie. Und die heißt, in die Breite gehen und uns viele Gouverneurestitel zu holen, weil wir ja viele Gouverneure für viele Städte haben, die gleich im Kampf, im Kulturkampf mit DJ Patscha Probleme haben, die Loyalität in den Städten zu behalten. Deshalb brauchen wir so viele Gouverneure wie geht. Jeder Gouverneur vor Ort bringt sofort und auch jede Gouverneurin plus 8 Loyalität. Auch wenn sie noch gar nicht angekommen ist. Das heißt, wir sollten jetzt Liang holen. Deshalb, weil Masse und auch Klasse für die Zukunft. So denke ich mir das. Masse und Man, Marcel, Chad, wie seht ihr das? Ich würde es genauso machen. Ja, definitiv. Dann machen wir das einmal an nennen. Jetzt noch die Frage, wohin schicken wir sie? Diesen Loyalitätsbonus, den gibt es ja sofort. Und alles andere, was sie gibt, das ist ja lediglich hier, ein Handwerker gibt eine Ladung mehr. Das kann jetzt im Prinzip egal sein. Es kann sein, dass wir hier mal einen Handwerker kaufen werden. Das ist ja billig. Oder sind Handwerker unterwegs? Ein Handwerker mit einer Ladung, der bleibt da eigentlich leer. Es kann sein, dass wir hier einen bauen werden. Hier oder woanders. Also sie irgendwo hier zu haben, damit ein Handwerker eine Modernisierung mehr hat, könnte Sinn machen, wenn wir den Handwerker eben in fünf oder sechs Runden kaufen. Aber sobald der Krieg ausbricht, spätestens dann brauchen wir sie eigentlich hier vor Ort. Das heißt, wir müssen dann vorher den Handwerker drüber drücken kaufen und dann ja hin. Wir können alternativ auch sagen, wir fangen jetzt schon mal an, Glücksschweine zu unterstützen. Denn Glücksschweine hat ein Loyalitätsproblem. Drei, zwei. Jede Runde weniger. Jetzt kannst du ja sagen, es ist egal, wenn Macho gefallen ist. Die Stadt fällt ja erst. Macht sich ja erst unabhängig und rebelliert, wenn wir auf Null sind. Aber, 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 aber. Damit sagt ja auch, machen sich ja auch noch andere Dinge, machen sich bemerkbar. Schaut mal hier unten. Ab wann greift das nochmal, dass man Mali bekommt? Durch die Loyalität. Das müsste hier irgendwo auch noch eingehen. Oder kommen die noch? Loyalität. 83,6. Noch loyal, noch keine nachteiligen Effekte. Ab wann sackt das ab? Weißt du das auswendig mal zu meinen? Ab wann wir die Mali bekommen? Auch nicht, ne? Ich dachte, die gehen sofort. Ich meine, ab 75 Prozent gibt es die ersten Mali. 75 Pluspunkte. Jetzt sind wir bei 83. Das wären schon in drei Runden. Wir testen das. Wir können natürlich auch sagen, wir setzen jetzt schon hin, dann wird die Stadt loyaler, pipapo. Wir machen mal Folgendes. Wir schicken sie einmal. Hier steht auch kein Mali. Wir testen das mal. Wir nehmen sie. Sie schicken wir rüber. Dann haben wir die Option, ihren Handwerker zu kaufen. In fünf, sechs Runden. Ob wir es machen, eher nicht. Aber dann ist die Option da. Brauchen sie im Moment hier vor Ort nicht. Und wenn wir dann zwischendurch merken, 75, es geht abwärts, ziehen wir die immer noch dahin. Alles, wir packen uns jetzt unsere Liang. Und bitten Sie, geh mal rüber. Geh mal hier hin. Nach. Wo brauchen wir sie denn? Brauchen wir sie in Lavagrill? Brauchen wir sie in Diavolo? Diavolo? Wenn, dann brauchen wir sie in Diavolo. Und warum? Salpeter. Hierhin Handwerker eine Aktion mehr Salpeter anschließen. Kann kaputt gemacht werden durch Vulkan, ist aber wichtig. Zweiter Ring Oliven, erster Ring sofort Salpeter. Deshalb Diavolo. Fünf Runden braucht die. Vielleicht beeilt die sich mal. Vielleicht sind es ja vier Runden, wenn wir ihr gut zureden. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe noch nie eine Gouverneurin gehetzt. Könnten wir mal ausprobieren. Jetzt macht es Sinn, da reinzuziehen. Nur dann, wenn wir bedroht würden, werden wir bedroht. Nein. Wir können sagen, lass uns runterziehen, weil hier unten vielleicht irgendwann Barbaren, Babsies, Barbarenlager entsteht. Doch ärgern mit Monte, aber Monte ist ja, wo ist er? Wir können ja gut mit Monte. Oh, wir können mal zwischendurch was anderes versuchen. Krieg haben die mit keinem. Alle mögen Bienen Maja, wir auch. Ich liebe Bienen. Ich finde, man kann, Bienen sind so wichtig. Für die Natur und für die Diplomatie. Willst du meine Freundin sein? Lass mich dann noch Willi nennen. Ja. Für dich, Willi. Also Simon, ich nicht. Ich bin WB. Nicht, also WB steht auch nicht für Willi Bull oder so. Das steht wirklich für Writing Bull. Simon Bulli war aber sehr gerne. Mit dem kannst du dann zusammen eine Runde um die Häuser fliegen. Summ, summ. Wenn du möchtest. Jetzt könnten wir mal die Delegation hinterher schicken, aber ich bin zu geizig. Das kann man, es ist ja alles gut. Haben wir noch eine Allianz offen? Ja. Könnten wir machen. Wir könnten eine Allianz hinterher schieben. Was bringt uns das, eine religiöse Allianz zu haben? Nix. Ah, bestimmt nicht. Es bringt uns Gunst. Gunst verscheuern wir die ganze Zeit ohne Ende. Jede Allianz ein Gunst. Und überhaupt in Zukunft. Und sowieso, wer weiß, dann mag sie uns noch mehr als zuvor. Wird vielleicht mal im Weltkongress für uns stimmen. Zuletzt hatten wir eine Abstimmung gewonnen. Da haben wir einen Bonus bekommen. Hier, darf man mit mir einen Blick in den Weltkongress. Aktive Effekte. Simon Bolli war Handelspolitik. Wir waren so beliebt. Auch wenn wir auch mit ihr einen Allianzpartner haben. Eine Allianzpartnerin kann das schaden. Was machen wir? Wir fragen sie mal. Neueste, beste Freundin. Willi, also ich bin nur, wie heißt nun mal der Grashüpfer? Flipp. Flipp, ich bin dein Flipp, genau. Bine Maja, du darfst mich Flipp nennen. Ich komme im Auftrag von Willi. Ich liebe Grüße und Flipp lässt, also ich bin ja Flipp. Frag dich, Flipp fragt. Das könnte überhaupt eine neue Tutorialreihe heißen. Zu Civ6. User Fragen? Ne, komm. Wir fragen sie mal, ob sie die religiöse Allianz mit uns macht. Du und ich? Du und Simon, dieselben Götter, muss nicht der Heilige Bulle sein. Kann auch ein Bingen-Gott sein. Mal schauen, ob das klappt. Will sie? Plötzlich überlege ich mal selber, ob ich das überhaupt will. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber vielleicht so ein Goldstück draufgelegt, ein bisschen was. 19 Gold? Ja, das kann man mal machen. Danke. Klasse. Die Sterne stehen günstig. Bei uns klappert es im Glücksschwein. Danke dir. In der Spardose. Lieben Dank. Binne Maja. War zauberhaft. Tschüss. Ist die doof. Sehr schön. Zauberhaft. Sehr, sehr gut. Alles bestens. Fünf Allianzen. Gunst ohne Ende. Das wird DJ Patscher total isolieren. Zauberhaft. Frage im Chat, wie kommt man an die Ansichten hier über? Erkläre ich ProStream gerne einmal. Und jetzt auch geht über die Optionen. Optionen Interface. Da kann man sich das einstellen lassen, dass diese Anzeigen entweder nie auftauchen. Oder bei Mouse Over oder immer. Das kann man durch ein Update dazu. Okay. So, jetzt sind wir weiterhin vier vor Ort. und machen folgendes. Wir müssen nicht vor Ort sein. Wir hatten ja eben diskutiert, wo braucht man unser Militär? Wir haben ja hier so einen popeligen Streitwagen, der eh nichts nutzt. Der hält ja, falls ja Barbaren auftauchen, was furchtbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier... Wen haben wir denn im Osten? Hier ist Philipp. Wird Philipp uns angreifen vom Osten? Wen haben wir ganz im Osten? Fussellini. Fussellini liebt uns. Stadtstaaten. Nochmal Fussellini, der Brasilianer. Und die das ist. Wir sind umzingelt von Best Buddies. Wer ist ein Anteinanderrivo und ist dort so zerein oder so? Philipp. Wir lieben Philipp. Solange wir Großkolumbianer sind. Wären wir Cree, würde das anders aussehen. Rüber. Wir können jede Hilfe drüben gebrauchen. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser und rüber. Komm. Das gilt auch für dich, mein Lieber. Einmal rüber, bitte. Und der große General. Der liebe Teppich ist gerade zu uns gestoßen. Hi, Teppich. Hallo, Oliver. Ich würde dann die Chance nutzen und mich verabschieden. Danke, dass dabei war es, Marcel. Bis später. Oliver ist dazu gekommen, einer der Community-Moderatoren, der auch jeden Freitag mit im CIV-Stammtisch ist, bei civilization.writingbull.de oder auch bei community.writingbull.de, aber man kommt über civilization.writingbull.de schneller dorthin und auch eine MP-Runde organisiert. Und ihr kennt den schon seit Jahren, ist ja immer viel aktiv. Hier und hier, general, alles Richtung Westen. Hier rüber. Mit dem, also einer, einer dem Osten haben, ist nicht schlecht. Aber wo? Ja, dann hier unten. Also wenn Barbaren-Camps entstehen, vielleicht am ehesten da, andererseits. Wir wollen ja auch, dass Siedler vielleicht nicht auch unbewacht und unbegleitet als minderwertige Flüchtlinge, oder wie das heutzutage im Amtsdeutsch heißt hier rumirren, lieber rüber, Siedler beschützen. Bei uns gibt es keine unbegleiteten Siedler. Gibt es nicht. Da ist der Amtsschimmel vor. Der wirrt zu laut dafür. Und was macht der Handwerker hier? Der ist am Scouten. Ach, ich erinnere mich. Erinnert ihr euch auch? Das ist der Chuck Norris unter den Handwerker. Wobei einer von euch beim letzten Stream gesagt hat, das stimmt nicht, WB. Der hat zwar alleine die Welt erkundet und umrundet und hat für uns Zeitalterpunkte freigeschaltet. Oder, wie er bei einem Handwerker zu Recht sagen kann, Zeitarbeiterpunkte. Aber wäre er wirklich der Chuck Norris unter den Handwerker? Der könnte sogar siedeln. Hat einer von euch gesagt, bester Gag ever hier. Fand ich sehr, sehr witzig. Wir gehen mit ihm weiter scouten. Mal gucken, was er hier noch findet. Nur rüber, andere Seite. Leider nicht. Leider nicht, Golfer. Ich kann den nicht umbenennen. Hier sind wir, das wollen wir ja alles umbenennen. Und ich denke, erkunden. Mit ihm ziehen wir Richtung Norden. Wir könnten auch Richtung Süden. Wir können auch Richtung Norden. Geht beides. Aber hier oben, wenn das die Hauptstadt ist, dann werden hier wahrscheinlich wenig Barbaren sein. Rund um die Hauptstadt sind wenig Barbaren. Ihr könnt alles erkunden. Ich mache mal mit dem Bereich hier unten und ziehe mit dem Handwerker gleich wieder Richtung rauf. Das ist einmal nur hier hoch. Rund um die Stadt. Und das war's schon. Mariano Montilla ist hier. Es geht wieder ans freundliche Opfern. Mit ihm können wir nicht nochmal opfern. Er hat schon geopfert. Mit ihm hier können wir opfern, aber diesmal auch nicht mehr. Und er hier? Er beschleunigt schon alle. Ich probiere es mal. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Nee, es wird nicht gehen. Der kann nur noch einmal opfern. Wir könnten nochmal einen Seher kaufen. Ey, wir könnten das immer noch machen. Matsumen. Nein. Wir könnten immer noch sagen, wir haben die Glaubenspunkte. Ja, wir kaufen nochmal einen Seher, damit wir im Notfall nochmal opfern. Dass wir nicht früher auf die Idee gekommen sind. Das kostet 300 Glauben, einen Seher zu erzeugen. Hier, 300. Jetzt erzeugen. Der hat zwei Bewegungspunkte über die Straße. Wie schnell sind die Straßen in dieser Zeit? Klassische Straßen. Das schafft der dort. Der muss nur hier stehen, dann kann er hier die Einheit opfern. Das geht. Wir kaufen uns in Freiland einen dritten Seher. Wir brauchen hier sowieso. Wozu sollen wir die Glaubenspunkte sonst ausgeben? Wir kaufen uns jetzt einen dritten Seher hier. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Haben wir hier genug zum Opfern? Haben wir ja Leute, die wir opfern? Jetzt haben wir die ganzen zum Opfern die Bürger Richtung Westen gebracht. Nur, falls Opfern wir einen Gaul. Das geht auch. Gaule kann man auch opfern. Leider die ganzen Sperrkämpfe haben wir Richtung Westen gebracht. Das ist doof. Wir können auch hier kaufen. Wir können auch hier kaufen. Nur. Ja, das geht. Das haut hin. Hier einen Seher kaufen. Nächste Runde kann er hier hinziehen. Dann kann er den hier opfern. Und der hier, der kann dann den opfern. So machen wir das. Guter Plan. So machen wir das. Der einzige Nachteil ist, dass dann zwei Seher hier stehen und dass die weit weg sind von dem kommenden Krieg auf der falschen Seite. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um in der nächsten Runde beide Sperrträger opfern zu können. Weil jeder kann nur einmal opfern. Der zieht vor, der opfert den. Der zieht vor, der opfert den. Hier gehen wir hin und kaufen. Kaufen den dritten Seher. Ich sehe, dass du jetzt entstehst. Halleluja, Halleluja. Sehr schön. Wir führen doch schon, sagt Romam. Warum noch mehr opfern? Ja, weil wir zwei Runden vor Ende sind. Weil wir nicht wissen, was noch passiert. Romam, woher weißt du, dass in zwei Runden wir immer noch vorne sind? Wie sieht das beim Rundenwechsel aus? Von der vorletzten Runde kann beim Rundenwechsel dann nochmal geopfert werden, Matsumel. Dann können die anderen dann nochmal vor uns ziehen. Nächste Runde können wir nochmal opfern. Einmal noch. Genau. Und dann wird ja der Spielstand ausgewertet. Und dann, ich meine, in der Runde danach bekommt man dann die Belohnung. Sky-Siegel hat eine gute Überschrift hier für das, was wir hier abziehen. Sicheres Opfern mit WW. Heute Teil 23. Der Speerkämpfer. Da ist was dran. Nochmal. Ich hatte das zu Beginn des Streams. Liebe YouTube-Zuschauer, seid diesmal vielleicht unter Umständen, falls ihr zimperlich seid, ganz froh, dass ich euch das nicht live fragen kann. Liebe Twitch-Zuschauer, nochmal. Ich nehme auch noch Opfer von euch an. Falls der ein oder andere von euch beim Wettbewerb Besenftung der Götter mitmachen möchte, bitte Meldung im Chat. Falls noch irgendwo ein Seher übrig ist, gerne. Jetzt habt ihr, glaube ich, ich weiß nicht, ob eure Nahkampfstärke so groß ist wie die von unseren Sperrkämpfern und Co. kann sein. Aber vielleicht ist ja auch nur ein Punkt. Vielleicht könnt ihr gut mit den Nägeln kratzen. Oder mit Blasrohren Papierkügelchen verschießen. Oder Leute wenigstens böse angucken. Oder zumindest laut weinen und den Angreifern ein schlechtes Gewissen machen. Jede Fähigkeit im Kampf zählt. Vielleicht heißt es in Trennen ausbrechen, wenn man gehauen werden soll. Vielleicht bringt das einen Opferungspunkt. Ich weiß es nicht. Stellt euch gerne zur Verfügung. Es gehen auch kleine Schwestern und kleine Brüder. Ja. Da sieht man gerade im Chat, wer seine Familie heiß und innig liebt. Vor allem heiß, damit die geopfert werden im Vulkan. Da brodelt es dann. Der Handwerker hier, mit dem wollten wir ein... Oh. Ach, hier entsteht ein Bezug. Deshalb können wir da nicht drauf... Oh, das ist ein Wunder, was hier entsteht. Ein Lager. Okay. Eine Wunde aussetzen. Raphael. Den können wir schon langsam... Der zieht hier hin. Der kann schon ein Feld zurückziehen, um sich nachher beamen zu lassen. Weil er kann zwei Felder Entfernung beschleunigt er alle. Eine Runde weiter. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Alles gut. Alles im Bau. Armbruch schützen. Alle Leute zum Opfern stehen Schlange. Ja. Alles weiter. Immer so weitermachen. Immer so weitermachen. Liebe Grüße an 600 Zuschauer. Ihr seid ja in der Apokalypse. Ich sag's ganz offen. Wiener Maja. Liebe Grüße. Hier ist Flip. Ein andermal gerne. Das ist meine Botschaft für dich. Ein andermal gerne. Ein andermal gerne, Monty. Jetzt gerade mal nicht. Wir können Gesandte schicken. Ei. Weil oben die Gesandten durch sind. Wollen wir das? Wollen wir das machen? Wir sind im Augenblick nirgendwo so zerrennen. Wir könnten sagen, wir holen uns die Sozerrennschaft in Brüssel zurück. Einer reicht. Ein Gesandter in Brüssel und wir sind wieder so zerrennen. Einer reicht. Brüssel hat, glaube ich, immer noch Krieg mit den Inka. Wir müssen doch dran denken, dass wir gleich denunzieren müssen. Da müssen wir rechtzeitig dran denken. Matsumen, mach mir gleich einfach mal einen Vorschlag, wenn du meinst, jetzt ist Denunziationszeit. Einfach mich da unterbrechen und sagen, ab jetzt bitte denunziere. Denunziere bald die Inka bitte. Brüssel ist im Krieg mit den Inka. Was haben wir davon? Militär ausheben, billig, hätten wir dann. Da könnten wir die Inka auch noch angreifen hier. Was bringt uns das kurzfristig? Eigentlich gar nicht. Also die Sozerrenpunkte. Nochmal Sozerren hier. Baut ein Campus. Ist ein Campus im Baum? Leider nicht. Kein Campus im Baum. Wo könnten wir sonst, was könnten wir sonst noch machen? Hier könnten wir schlagartig vier Gold mehr bekommen. Einmal Richtung Antioche, eingesandter Zack. Fregatten werden wir wahrscheinlich so lange nicht bilden. Hätten wir sofort vier Gold mehr. Wir haben auch nicht nur 24,3. Wir hatten schon mal viel mehr. Warum ist es so wenig? Weil wir so teuer Militär haben und weil wir die Unterhaltskarte nicht drin haben. Da sieht man mal, was die für einen Unterschied ausmacht. Vier Gold mehr, ein Gesandtenjahr. Das ist es aber auch. Und nachher für jeden Markt und Leuchte. Und wir gehen stark auf Handel, würde es sich bringen, in die dritte Stufe zu gehen. Noch mehr Sinn würde machen mit der Diplomatiekarte. Um die den ersten Gesandten verdoppelt, das zu machen. 120 Gold. Wechsel der Regierungsform. Kann man sich mal überlegen. Hätte man sofort nachher einen Doppelgesandten. Hier. Lissabon. Dann hätten wir schon diese Stufe hier. Was ist hier? Baut ein Campus. Den bauen wir sowieso. Den Campus werden wir so bauen. Und bis zum nächsten Zeitalter dauert es hier auch. Also das Ding, den bekommen wir auch so. Den Gesandten bekommen wir so. Da müssen wir nichts tricksen. Ich würde sagen, entweder wir werden sozialen in Brüssel. Aber die haben ohnehin schon Krieg mit den Inka. Deshalb braucht man das eigentlich nicht. Und wir bekommen den Gesandten ohnehin über den Campus. Ich würde das machen, dass wir den zurückbehalten. Und dass wir in einer Runde Geld in die Hand nehmen. Und die Diplomatiekarte noch einmal wechseln. Das ist ein Gesandter doppelt zählt. Auch wenn wir jedes Geldstück und Goldstück eigentlich brauchen würden. Wir müssen dann ein bisschen Handel betreiben. Und dass wir dann den Gesandten verdoppeln. Wir können das auch später machen. Wir können den Gesandten an einem Weilchen behalten. Und dann später nochmal mit dieser Karte mal eine Runde einschieben. Das geht auch. Das kann man auch machen. Wir merken, wir haben das Geld nicht. Ich würde ihn deshalb erstmal zurückbehalten. Hier, Unabhängigkeit für Brasilia. Ei. Das ist ja heftig. Das wird Fusselini nicht gefallen. Antanan Rivo und Lissabon haben Frieden. Vulkan wird aktiv. Nein. Kaum haben wir die Stadt dort gegründet. Schon wird der benachbarte Vulkan aktiv. Ei. Das ist, ähm... Ja, konnte man sich denken. Den können wir gleich rüber beamen. Ich glaube, das machen wir jetzt schon. Den beamen wir. Der kann ja nur helfen. Hier hin nach Feuerland. Da ist zwar schon einer, aber das kann nicht schaden. Den beamen wir einmal rüber. Hier hin. Rüber, bitte. Hm. Wir können uns schon auf den Krieg vorbereiten allmählich. Amo schützen, zweite Reihe. Übergebirge können sie nicht rüberfeuern. Der Krieger kommt bald derzeit. Komm. Wir schicken den mal hier hin. Wir könnten gleich das Upgrade machen zum Schwertkämpfer. Aber ich denke, wir halten das Geld erstmal zurück. So, jetzt wird geopfert. Eine Runde noch zum Opfern. Wir können nochmal opfern. Einmal, zweimal, dreimal. Wollen wir dreimal opfern? Wir sind auf Platz 1. Wie läuft das nochmal zum Menden? Chat. Wie läuft das in der reinen Folge mit der Opferei? Wenn wir jetzt vorne liegen, könnte es dann passieren, dass zum runden Wechsel ein KI noch vor uns ist. Ich behaupte, nein. Wisst ihr, warum ich das behaupte? Ich weiß es nicht. Ich behaupte es mal einfach so. Wir sind im Internet. Ich behaupte das. Wenn ich was behaupte, dann könnt ihr sagen, ich habe es im Internet gehört. Ich weiß das. Ich behaupte, das ist deshalb so, weil, und das habe ich im Internet gehört, weil wir oben in der Zugreihenfolge am Ende sind. Das heißt, in dieser Runde haben alle anderen schon vor uns gezogen. Das heißt, wir sind die Letzten. Das heißt, die können in dieser Runde nicht mehr vor uns kommen. Beim runden Wechsel sollte entweder sofort das Ergebnis da sein, so wie es beim Weltkongress auch häufig ist, oder man kann dann nochmal. Ich vermute ersteres. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das, Matsumen? Also, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, muss ich es zugeben. Wir sind im Internet. Sag deine Meinung. Ich behaupte einfach mal, dass die, ich behaupte das Gegenteil, um es ein bisschen spannender zu machen, lieber Daniel. Ich behaupte, die KI kann noch einmal opfern nach uns. Toll. Lieben Dank für deine Unterstützung. Was sagt der Chat? Kann passieren, schreibt Schinkenlauch. Antwortet auf irgendwas anderes. Teppich, wie siehst du das? Ich glaube, das ist, wir sind letzter in der Reihe. Sieht für mich auch so aus. Ja, Teppich, unterstütze mich. Zwei gegen eins. Wir sind in der Demokratie. Nicht hier im Spiel, aber im Real Life und deshalb irgendwie ja auch. Wahrheit wird bei uns in Deutschland und wir sind alle drei deutsche Staatsbürger. Matsumen, glaube ich, auch und Teppich auch und ich auch. Hier in Deutschland, wenn wir zu Wahlen gehen, die Wahrheit wird durch Abstimmungen entschieden. Die Regierungen sagen nachher, es ist durch Mehrheitsentscheid entschieden. Wir machen das und alle müssen das akzeptieren. Matsumen, beugst du dich unserer Mehrheitsmeinung? Oder möchtest du ausgebürgert werden? Geh doch da drüben, wenn es dir hier nicht passt, Matsumen. Ich bleib bei meiner Meinung. Ich bleib bei meiner Meinung. Wir sind die Ersten, die dran sind und ja, dann muss ich halt ausgebürgert werden. Dann geh doch zu deinen Anu-Spielern oder zu Trim Sportweaver 2. Komm, weg mit ihm. Teppich, wir beide. Tschüss Matsumen. Genau, wenn zwei Lemminge abstimmen, dann haben wir auch recht. Ja, wir haben recht. Wir wissen das einfach. Wir sind im Internet, das stimmt. Wir haben beide jetzt richtig vermutet, denke ich mal. Irrt zu sein. Bin mir ganz sicher.